Wir sind Ingrid und Lothar Boll von der Brennerei Bolls Schnapsideen und wir brennen Schnaps. Wir ernten unser Obst und unser Getreide von eigenen Flächen. Daher ist alles, was wir machen, absolut ressorgenschonend. Unsere Palette umfasst einfach alles, was von hier ist. Unser neuestes Produkt ist ein Bio-Gin mit Botanicals, die wir hier in Wald und Wiese gesammelt haben. Die Destillatee kann privat gemietet werden für eure Feiern. Wir haben ein Portfolio an Veranstaltungen über Käseverkostungen, Schnapsproben, Veranstaltungen in Kooperation mit dem Sternpark Rhön. Es ist einfach geil, wenn aus einer gesammelten Frucht wirklich ein gutes Produkt rauskommt. Wenn man sieht, dass die Produkte gut werden. Es macht einfach Spaß. Kontaktiert uns einfach. Wir sind offen für eure Wünsche. Wir freuen uns auf euren Besuch. Wir freuen uns auf euren Besuch. Wir freuen uns auf euren Besuch. Wir freuen uns auf. Wir freuen uns auf. Wir freuen uns auf.